Wir sind hier beim Stand, wo wir den King of Fighters spielen können und da haben wir gerade den König von allen und unser Pro. Okay, okay, nicht übertrieben, nicht übertrieben. Ja, bei uns hier an diesem Stand könnt ihr King of Fighters spielen und mit ein wenig Glück könnt ihr Playstation gewinnen oder Rocket Controller oder so Gaming Accessories. Also wir haben ganz viele da, kommen vorbei. Oh, mega cool. Und wie gefällt es dir jetzt persönlich so an den Gamesoul? Es ist für mich die erste Erfahrung. Wir sind zum ersten Mal mit einem Stand vertreten. Wir sind eigentlich ein unabhängiges, relativ kleines Gaming Magazin. Und von daher ist das natürlich eine gute Gelegenheit, ein wenig Publikum zu bekommen. Und wir haben das natürlich am Shop gefasst. Und mir gefällt es soweit gut. Ich wünsche mir für einen Samstag und einen Sonntag ein wenig mehr Leute. Aber Freitagabend ist klar, oder? Man arbeitet vielleicht länger und muss noch nach Hause essen und duschen und so weiter. Ist okay, ist okay. Aber es darf noch ein bisschen besser werden, Mon. Steigerung ist erhofft. Mal. Dann wünschen wir, dass ihr da ganz viele Fighter bekommt, die euch versuchen herauszufordern, unsere Kings. Und in diesem Fall viel Glück und dass ihr dann auch zu Hause oder auch eure Gegner da auch gut abräumen könnt. Danke vielmal. Ja, ich danke euch. Messe vielmal. Tschüss zusammen. Ciao.